1, 2 da oben! Also Michel, bleib mal hier bei mir. So, nochmal da. Und nochmal so. Und jetzt die Hände richtig auseinander. Ja, genau. Wunderbar, danke. Victory! Schau dir nochmal. Ich bin nochmal bei mir unten. So, und jetzt ein schöner Blick hier. Wunderbar. Bleib zu, bleib zu, bleib zu, bleib zu, bleib zu. Bei mir. So, wunderbar. So, bleib im Moment. Hier, bleib. Was? Nein, das machen wir nicht. Doch, doch. Einmal, bitte. Nein, sicher nicht. Ja, so. So, jetzt darf ich wieder auf meinen Platz, weil ich weggegangen bin. Danke. Juhu! Noch einmal. Ja, danke. Danke. Aber jetzt einmal hier. Das ist genau der Blick hier rein. Scheiße. So, jetzt. So. So. Und jetzt einmal bitte die Action. So ein bisschen. Ja, das ist super. Danke. Einmal noch. Das. Willkommen. Das letzte Mal. Das letzte Mal für die netten Kollegen. So, und ich mag noch ein schönes Porträt. So ist gut. So. Bleib nochmal so, bleib nochmal so. Wunderbar. Na ja. Danke dir. Ein letztes Mal für die netten. Danke dir. Ein letztes Mal für die netten. Danke. Nicht zu, nicht zu. Nicht zu, nicht zu. Nein. Ja, ja, ja. Da geht noch was. Ja. Nein. Warte mal, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, ich klicke mit dir. Warte mal, nochmal, nochmal. Ja, ich klicke mit dir. Das ist F***! Und hier! Der Meister! Okay, wunderbar! Warte mal, warte mal! Warte mal, warte mal! Ja, super! Hast du auch das? Warte mal, ich bin auch noch mal gesund? Warte mal, jetzt heranrollen! Aber von allen! Da da! Danke! Krieg's für dich! Krieg's für dich! So! Dankeschön, Dankeschön! An Sarah Berndner! Ich darf euch jetzt jemanden vorstellen, der noch nie vor der Kamera stand, gemacht hat, Mark Zermaitert! Die geknallten Typen jeden Tag arbeiten zu dürfen, Joscha Kiefer! Und Last but not least, ein Mensch, der mir seit vielen, vielen tausend Jahren zur Seite steht, durch Hochzeiten und Trennungen, die wir beide in Höhen und Tiefen erlebt haben, mein Schwibbschwager und ein lieber Kollege, Manu Lubowski! Applaus Ich hab' jetzt eigentlich nur noch zu sagen, dass jetzt eine kleine Premiere-Feier stattfindet, und zwar genau schräg gegenüber vom Kino im alten Hut, und ich hoffe, dass ihr alle zahnreich jetzt dort mitkommt, und euch ordentlich mit mir betrinkt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ihr alle heute da wart, und ich gehe bald einen langen Film, und jeder, der sich müßig fühlt, mich dabei zu unterstützen, kann sich gerne heute noch mit mir unterhalten. Ich danke euch! Dankeschön! Alle mal hier zu mir! Alle mal hier bitte! Ich zieh mir bei! Fuck! Super! Wir sind auf! Wir sind auf! Wir sind auf!